hallo und willkommen zurück wo wir stehen wir warten ja gerade noch das dass das alles ozeanische erforscht wird ich würde es auch gerne einfach mal gucken haben jetzt überall als bereiche mitarbeiter räume nichts macht für mich am meisten sinn nicht so schnell mitarbeiter diesen bonus werden schneller zufrieden das ist ja alles nicht so wild haben wir sicherheitspersonal in europa nicht viel aber wir haben und zwar im eingang hier europa ja europa braucht ein bisschen mehr die haben ja immer diese köpfe von hooligans leuchtung ist schon geil ne das ist schon sehr sehr cool kann man jetzt eigentlich schon was gucken wir haben ja schon ein teil erforscht wie wir müssen uns unbedingt so ein gehege und so ein gehege reinziehen das sieht so gut aus jetzt schon ein bisschen verliebt mal gucken wo können wir das hinzimmern natur filter zurücksetzen haben wir eigentlich schon neue sachen ja die kennen wir schon überfahren ja doch die haben wir schon angeguckt ist im gehege jetzt schon was neues wird noch nicht alles freigeschaltet und so lange möchte ich es auch gerne erstmal einmal einmal alles ne die bestaffel gibt es jetzt nicht aber oh ja ich würde jetzt schon sagen hier ist europa und hier gehen wir ozeanisch runter dass wir das diese platte hier ein bisschen ausweiten können wir jetzt machen solange das andere noch nicht erforscht ist wir gehen hier auf automalen und sagen wir eben das ein ah klar klappt gleich mit 20 wir machen jetzt hier mal eine bahn ebnen das schön ein das möchte ich mir ganz in Ruhe angucken dann lassen wir europa erst mal ein bisschen links liegen und ebnen das richtig schön ein bitte bitte gebt mir fps alles alles hier unten baue ich da raus ich will das ein bisschen weiter ziehen jetzt ist die sache jetzt ist die sache gehen wir von hier rüber dass wir jetzt hier noch eine etage zwischensetzen wieder auf dumme gedanken moment ist das möglich wenn wir jetzt von hier müssen das wieder wegnehmen die platte neu ziehen dass hier eine platte ziehen aber wir könnten von hier dass wir hier eine etage noch zwischensetzen sehen das jetzt mal gucken wir mal wie das aussieht nur so eine kleine etage jetzt wäre es natürlich mal interessant wir machen jetzt mal hier zack wir gehen wieder voll rein und wir können das jetzt hier einfach schließen also Tropfsteinhülle möchte ich nicht haben wäre es für mich mal interessant zu sagen hey geben wir damit einen Weg runter oder nicht lassen wir Europa erst mal ein bisschen links liegen können wir ja immer noch weitermachen weil ich möchte mir Ozeanien jetzt angucken wir haben eh noch so viele Baustellen hier diese Maserung werden wir sowieso nicht mehr hinbekommen muss doch ich nehmen jetzt Fels äh glätten gehen wir hier einen sinnvollen Weg runter müssen wir jetzt mal ein bisschen erodieren ich würde ja auch gerne von hier da runter oder vielleicht hier jetzt einfach wie hier vorne so ein abgelegenes Dorf machen die haben ja hier bloß einen Zugang die haben ja hier bloß einen Zugang die haben ja hier bloß einen Zugang die können hier komplett durchgucken das ist die Sache hier möchte ich auch noch gern komplett begrünen dass es komplett weg ist das ist die Sache wie machen wir das oder ob wir das jetzt hier reinsetzen und hier nur so ein bisschen äh auch noch so Gehege so etappenweise ich weiß jetzt nicht wir werden jetzt mal gucken ob wir hier irgendwie einen Weg setzen können also einen Weg schöner und schön runtersitzen wenn wir es nicht äh nee nee ich muss jetzt runter das geht noch nicht nee denn ja so jetzt müsste es ja an sich funktionieren nee zurück jetzt runter ja reicht das von der Höhe noch ich hoffe okay runter zack ja nein nein das könnte man ja an sich ja noch schön verkleiden das kriegen wir hin können wir Wegstützen Wegstützen er baut gar keine Wegstützen okay okay ah der hängt da nicht so in der Luft okay kann man jetzt auch wieder ausmachen da ging das alles nicht so in der Luft und ich bin immer noch am überlegen wie ich das verkleide Ozeanien was ist denn hier Demo wieder Demo wieder Überbelegung hier hängt er auf dem Stein rum ne kann das sein dass du ein bisschen unfähig bist so verlegen so verlegen dass du einfach echt unfähig bist ist ja eine Gruppe gucken wir uns mal an spiel auch spiel bitte ich kann hier nicht draufklicken ich kann hier einfach nicht draufklicken oh Spiel es fängt schon wieder von vorne an sowas gehörst du euer Salamander ja ich hab doch aber oder kein Praktikitäten die soll ich jetzt zuerst Fahrmittel verkaufen nee wir müssen erstmal ausmachen ähm woher Salamander ähm woher Salamander wie viel waren das? 6 Stück glaube ich waren das 6 also hier brauchen wir 3 Männchen, 3 Weibchen Fahrmittel verkaufen zack geht nee das ist jetzt zuerst mhm ok das sollte sich jetzt geregelt haben ich hab jetzt nicht ganzen Arsch voll Feuer Salamander in meiner Bibliothek dann brauchen wir wieder mal die Emus die sich nicht bedienen lassen nee jetzt muss ich die separat rausholen das Spiel ist wieder kaputt nee ich hab einfach keine FPS unter 10 glaube ich funktioniert das nicht mehr können wir das testen ähm Emu nett funktioniert nicht mehr das Spiel mag nicht mehr das Spiel will nicht mehr gucken wir das jetzt noch ein paar Minuten mit an 1, 2, 3 Folgen noch und ab einem gewissen Punkt ist es dann einfach nicht mehr spielbar mal die Tabelle genau ähm so du bleibst Miro weg ich weg dich dich weg das Menü hier ist so krampf öffne ähm wir lassen nick forschung eieieiei abgeschlossen ja ich muss das Spiel glaube ich mal einmal neu starten aber jetzt gucken wir mal wenn auch's dazugekommen ist wir haben die das gelöst das würde mich jetzt mal interessieren das gucken wir uns jetzt mal an wie wird das hier gelöst mal kurz anmachen ach ok 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 die lösen das darüber es ist aber nicht schön gesetzt die lösen das darüber aha etwas fundamental etwas anders ich hab ja meins so gelöst die meins ist auch ein bisschen über die größere Distanz aber das ist gar nicht verkehrt das ist gar nicht dumm das sollte ich mir vielleicht mal überlegen das zum Teil mit übernehmen und aus dem Gesamten was teils zu bauen das wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt hier sind wir durch oh die sehen so gut aus nicht überlegen ob ich nicht einfach einen neuen Zoo anfange und erstmal nur daraufhin einfach nur ein kleines kleines Dingsbauer nur einen kleinen Zoo bauen und das einfach mal alles thematisieren einfach mal reingucken komplett dann können wir ja immer wieder weiter hier reinschlüpfen ich glaube das wäre erstmal eine geile Nummer dass wir uns das denn im Detail angucken und aus einfach nur einen kleinen süßen idyllischen Zoo bauen ich glaube das machen wir ich sage dir immer schon mal bis denn und ciao ich glaube das ist es ist und dann ich glaube das ist